Das war das erste Kapitel, glaube ich sogar schon. Ich kann dir helfen. Ein bisschen. Vincent, ein bisschen. Genau. Ok. Nächster Tag. Nächsten Tag! Das Ghetto. Was ist das? Was ist das, Leo? Ich muss auf den Rücken. Kannst du es passieren? Es wird es kostenlos. Ich bin gut für es. Warte mal. Hey, Fred. Was ist das? Alles gut. Was willst du? Wir haben ein paar Arbeiter hier. Wir brauchen eine Veränderung. Entschuldigung. Wir sind voll. Ich bin sicher, wir können etwas herausfinden, oder? Ich glaube, wir können hier ein paar extra Hände nutzen. Bestechliche Wachen. Gibt es überall. Ok. Nehmen wir uns erstmal was zum Wischen. Ähm. Der ist ein Knackpunkt. Der ist ein Knackpunkt. Meißel besorgen. Ich rede erstmal hier mit Fred. Ich will einen Plattenspieler. Ein Knackpunkt. Kannst du dir helfen mit dem? Entschuldigung, Mann. Der einzige Ort mit einem Knackpunkt ist der Warden's Office. Und wie viel würde das kosten? Geld wird dir hier nicht helfen. Der einzige Weg nach dem Warden's Office ist, dass du den Mann selbst getroffen hast. Ich glaube, dass du einen Weg finden kannst. Es geht um die Zeit. Garten! Meine Bremse ist kaputt. Äh. Hast du das gesehen? Hm. Die sind kaputt gemacht. Kommen wir hier irgendwie rauf? Mein Besen. Er ist kaputt. Jetzt bin ich im Zwischen dran. Komm her. Ich habe keine Zeit. Natürlich. Gib mir ein bisschen Zeit. Meinst du, es fällt auf, wenn man jetzt auch kaputt geht? Kannst du das jetzt auch kaputt machen? Nee. Ich kann nur wischen. Ich kann nur wischen. Ja, ich kann die ganze Zeit jetzt hier wischen, aber ich glaube, das wird uns nicht weiterbringen. Ich glaube, du musst den Meißel holen und ich muss irgendwie die Wächter ablenken. Ich glaube, du bist der Typ, der die ganzen Schleich-Missionen machen muss. Kann er ja super werden. Ja. Da haben wir ja genau die rechten Charaktere rausgenommen. Ich brech mal ab. Kann ich irgendwie... Warte, ich versuche mal, ob ich hinten mit dem Wächter reden kann. Kann ich irgendwie... Warte, ich versuche mal, ob ich hinten mit dem Wächter reden kann. Das heißt, wir müssen... Ich glaube, wir müssen irgendwie den Wächter an der Tür blinken. Ja, ich versuche mal, ob ich hinten mit dem Wächter reden kann. Hey, Mann. Es sieht aus, dass du einen Platz hast. Ja. Es sieht aus, dass ich habe. Danke. Du bist willkommen. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen. Erstmal hier arbeiten. Wie können wir hierher arbeiten? Ja. Es ist die erste. Oh Gott. Ich hoffe, es ist die nächste. Ich vermer. Ich versuche jeden jobb. Ja. Ich habe mich, diesen denn noch überhaupt getätert. Und es ist nochkey Powers. Die ont und die glühgerung. Ja. Ja. Das Buch. Wir haben noch nie gesagt, Jungs! Die Zeit nicht. Wir haben keinen Tag! Entschuldigung, es ist mein erstes Tag, das zu tun. Wie lange habt ihr hier gearbeitet? Wie lange. Die Wache ist... Komm her. Du gehst hoch. Ich muss hier sein, wenn die Geister zurückkommen. Achso, ich muss schleichen. Ich habe ja meinen Besen kaputt gemacht, nicht du. Du, was machst du? Nichts, was ist das Problem? Ich habe dir eine neue Bremse. Komm her. Komm her. Ich muss jetzt irgendwie wieder runterkommen, aber die Wache ist da. Ich glaube, du musst den einen... Also ich sehe hier den Weg rüber. Warte, der geht rauchen. Aber da hinten ist noch einer. Der schaut in meine Richtung. Den musst du ablenken da hinten. Oh, er bewegt sich. Ja, das ist nicht schlimm. Aber der guckt trotzdem noch in meine Richtung. Du musst ihn ablenken. Nicht wischen. Du musst den Wächter ablenken. Ja, ich kann gerade nichts machen. Ich such gerade einen Weg. Kannst du mit ihm reden? Nein, kann ich nicht. Sonst hätte ich ja schon mit ihm geredet. Du findest schon was. Mit ihm reden. Du kannst doch mit ihm reden. Ja, davor konnte ich nicht mit ihm reden. Ja, ich bin ein Mann. Diese Uniform macht mich schweigen wie ein Pug. Du solltest ein bisschen Bier bekommen. Was? Du weißt, ein schönes, kaltes Bier. Das kühlt sich um und die Tage schneller gehen. Ja, das ist wahr. Also, kannst du uns ein bisschen Bier bekommen? Ich glaube, das ist ein Restaurant? Geh zurück zum Arbeit. Ein Bier? Warte. Okay, ich bin jetzt im Gefängnis drin. Warte mal, kannst du hier aufmachen? Warte mal, kannst du hier aufmachen? Perfekt. Ich gebe es jetzt zu Fred. Hier ist Fred, ne? Nein. Ja, der Fred. Der weiß, wie man Dinge schmuggelt. Oh, so ein Zufall. Fred ist auch der Bücherfritze. Hey, Leo. Was ist denn, Fred? Ich habe etwas Besonderes für dich zu lesen. Ich hoffe, du magst es. Ich will. Na. Was für Zufall. Ja. Lass mich raten und er verhält sich jetzt den Weg raus. Ich glaube nicht ganz. Augen offen halten. Kommt wer? Ne, da ist ein Wächter. Jetzt kommt einer. Es kommt einer. Vorsicht, es kommt. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Achso, er muss sich nicht ablenken. Oh, nein. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Entschuldigung. Augen. Ich habe zu lange gebraucht. Okay. Er haut wieder ab. Tja. Ähm. Tja. Damals war es noch nicht so leicht, dass es noch keine Überwachungskameras gab. Ne? Wo ist Max Zuckerberg jetzt? Da kommt niemand. Da kommt niemand. Achtung, Wacher kommt. Tja. 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 Kannst du hinterherpfeifen? Tja! Tja. Tja. Der andere kommt sofort wieder, ne? Warte noch fast. Tja. 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 Tja, Tja. 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 Tja, Tja. 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 Ja, also wenn er, wenn du gerade arbeitest. Tja, Tja. Das soll einfach nur Zeit kosten, bis der nächste kommt Okay, warte, er haut ab jetzt ganz wieder Der andere kommt jetzt wieder Mann Der andere kommt wieder, abbrechen Der kommt erst zu mir, ne? Ja, das ist der, der immer zuerst zu dir kommt Den anderen kann ich dann wieder ablenken, wenn er kommt Ich werde es diesmal auch machen Sie haben vor 5 Minuten geguckt, Officer Jetzt verschinden sie Okay, und los Der andere kommt wieder, aber ich versuche ihn abzulenken Jetzt dreht sich der eine um, naja, dreht sich nicht um Komm schon, komm schon Junge, du schaffst das Tippen, 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 tippen Tipp, was das Zeug hält Vor allem hört man das auch nicht, weißt du? Achtung, der eine Wächter kommt wieder von deiner Seite Den kann ich nicht ablenken Ah, ja Mach's lieber safe So, weg von der Zelle Ich glaube, wenn du so gar nicht an der Zelle stehst Dann redet der nicht und der guckt nicht rein bei dir Ach, der guckt trotzdem rein Der andere kommt wieder Soll ich ihn ablenken, oder? Ja, lieber vorbei das, ne? Ich meine, der läuft auch immer nur bis zu uns, ne? Ja, die laufen uns beide ab Okay, und Mach weiter Hört man nicht Kommt wer? Ne Warte, warte Ich muss da ran Oh oh, jetzt musst du gucken Oh, da kommt jemand Warte Was? Das hat er auch nicht gesehen, ne? Ne, das sieht man auch nicht Boah, wir sind voll die Profis Okay Ja, ja Ja, ja Okay, kommt jemand nähen, ne? Dann Werkzeug Jetzt bin ich dran Hinter der Toilette abmachen, ne? Ja, ja Okay Der andere kommt gleich Ah, hast du noch ein bisschen Zeit? Okay Wie brech ich das eigentlich ab? Jetzt mit Kreis Also, ich weiß nicht, was da hier Kreis ist B, 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 B Ich habe eine ganz andere Aufgabe bei dir Du musstest das so abmeißeln Ich musste die Schrauben rausdrehen Ne, ne, die hast du auch gleich mit dem abmeißeln Echt? Ja, ja, ich hatte auch erst aufgeschraubt Okay Der andere Wächter kommt nicht wieder, ne? Der ist weg Ne, ah, der andere setzt sich jetzt gleich in Bewegung Aber du kannst erst mal Ja, das Oh nein, nicht abbrechen Nein Okay Ich dreh auf, ich dreh auf, ich dreh auf, ich dreh auf, ich dreh auf Kannst du ihn ablenken? Ja, ja, mach ich Komm schon, komm schon Bringt es eigentlich irgendwas, weil ich schneller tippe? Mit Y musst du an, mit 3 Ah, jetzt Was willst du? Ich möchte eine Frage stellen Was jetzt? Ähm, wie viel hast du eine Stunde? Als Garten? Mehr als du... Oh! Hey, ja, komm! Junge, da wäre pflassende Wurst runtergeflutscht. Der kam auch. Ich habe es gerade gesehen, wie er bei dir abgehauen ist. Ich drücke immer noch schnell auf Fee. Oh, Junge. Kannst du nämlich eine bessere Frage stellen? Das ist schummelein. Wie verdienen sie? Hättest du dir mal den neuesten Playboy gezeigt, dann wäre er bestimmt bei dir geblieben. Okay. Du kannst. Na, ich bin fast durch. Dick eingetreten. Okay. Okay. Licht aus. Und jetzt brechen wir aus. Ready? Yeah. Okay. Wo geht's? Wo führt das eigentlich hin? Hier hin. Ah, it's disgusting. In die scheiß Kläranlage. Müssen wir hier hoch? Ja. Ja, hier gibt es keinen anderen Weg. Okay, ich glaube, da kommen wir nicht durch, durch den Ventilator. Ventilator. Warte, kann ich hier? Nee, hier können wir auch nicht aufmachen, ne? Müssen wir einen anderen Weg suchen. Äh, war nicht hier noch über die Holzdinger? War nicht, wirklich. Hier oben, doch. Leo, ich brauche hier ein paar Hilfe. Dann los! Ach, die brauchen wir bestimmt als Brechstangen oder so. Ja. Kommt erstmal heißer Dampf raus. Damit können wir den Ventilator aufhalten. Äh, welchen Ventilator? Ich glaube, den da hinten einfach. Den da, ja. Uiuiuiuiui, ist das spannend. Okay. Oh, oh, oh. Jetzt musst du einen Weg finden, ihn auszuschalten. Nee, mit der Tür kann ich nicht helfen. Musst erst den Ventilator ausmachen. Ich stehe hier so lange mit meiner Stange. Und warte darauf. Das fällt bestimmt, das fällt bestimmt nicht aus. Weißt du, du hast vorher das Einfachere, ne? Ich wäre beinahe draufgegangen. Ja. Ja, gut, aber... Ja, ja. Es ist ein langer Weg nach unten. Ja. Wir brauchen etwas, das da unten braucht. Ja, wir brauchen. Aber waaat? Hold on. Oh. Dein Plan. Was für ein? Nehmen wir die Ratten. Dann, wir brauchen die Ratten. Na klar. Okay. Also müssen wir uns jetzt Laken beschaffen. Darf ich mir übrigens sagen, du hast einen riesen Zinken mit deinem Charakter. Habe ich auch im echten Leben. Okay. Hallo. Laken nehmen. Hey Gart, kann ich dir was fragen? Ich habe keine Zeit für dich. Ich glaube wir müssen hier... Oh, 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 oh. What are you doing in me? Get away from there. Go on. First time I've seen someone smiling here. Yeah, it's because I'll be a free man this week. That's great. It is. Hey, what are you up to? So, how long have you been in for? Fifteen years, man. Fifteen fucking years. And in some weird way I'll probably end up missing this place. Anyway, I'm sure you're going to have a much better life out there. Pfeile. Well, I'm not planning on ending up back in here. That's for sure. Hey, get your own card. Yeah, yeah, alright. All right. All right. Was schon? Ich suche noch irgendwie Laken, die wir uns nehmen können. Hier liegen ganz viele. Ich glaube, die kann ich auch nehmen, oder? Ja, die kann ich nehmen. Ja, ja, kannst du. Wir brauchen nur einen Wagen. Hast du einen? Nee. Ich lege die jetzt erstmal hier zum Waschen rein. Oder? Nee, das geht gar nicht. Wir brauchen einen Wagen. Oh, das hat sich auf einen Wagen. Das ist eine Sprache. Hmm. Hey. Hey. Ich brauche ein Wagen. Oh, kann ich deine Nummer, bitte? Was hast du das für? Das sind Regeln und Regeln. Nichts kann ich damit machen. Das ist nur ein Wagen, Mann. Ich brauche deine Namen und Nummer. Ich habe alles verdeckt mit meinem Kopf. Ich konnte dir doch nicht meinen Namen sagen. Okay, ich habe eine Karte. Okay, ich habe eine Karte. Ich glaube, ich glaube, du musst rein. Du musst doch ein paar reinlegen, ja. Ich habe einfach eine Karte. Ich habe eine Karte. Ja, ja, ja. Aber es ist immer noch nicht der Wagen, Mann. Halt auf! Muss ich die erst sauber machen oder kann ich die einfach so reinlegen? Kannst die so reinlegen. Hast du nichts da hinten auf dem Lagen? Wir sind alle fertig. Kovere dich selbst. Kannst du dich covern? Ja, ja. Ich kann auch nichts mehr reinlegen. Okay. Dann covern. Wenn irgendwas vorbeikommt, covern. Leo, bleib da drin. Verstecken. Wir sind da. Ja, hier sind ganz dreckige Dinger drin, Officer. Lass mal gehen. Ist wahrscheinlich voll schwer, der Wagen. Jetzt muss ich den Wächter da ausschalten. Ich habe Angst, dass sie nochmal rein... Hat der mich jetzt schon reingeschoben? Weiß ich nicht. Steht der dann schon wieder da? Ah, er schiebt mich gerade. Aber es ist ein Problem mit der Waschmaschine da oben. Oh ja? Was ist das Problem? Es ist, äh, kaputt. Ich weiß nicht. Hm. Es sieht nicht kaputt. Stopp lieb. Ich werde zurück zu arbeiten. Okay, ich muss die Waschmaschine kaputt machen. Das, äh, da muss ich wahrscheinlich irgendwas Hartes einfach nur reinwerfen. Ich könnte auch einen provozieren. Kann ich die hier irgendwie kaputt machen? Ach, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Waschen wir mal ein paar Döschen. Oh, mehr gehen da nicht rein. Laken stehlen. Laken stehlen. Was ist denn hin? Oh Gott. Äh, ich kann, ach doch, ich kann es wieder abstellen. Jemand guckt? Ich muss jetzt erst mal gucken, wo genau ich die hinpacken muss. Es ist verriegelt. Ich weiß nicht, du musst hier, glaub ich, da, äh, du musst hier einfach nur ablegen, oder? Nee, ich muss hier, glaub ich, aufmachen. Oh, da kommt einer, ah! Fuck! Naja, also ich brauch deine Hilfe, ich komm hier sonst nicht rein, glaub ich. Jaja, du musst gucken, ob da einer ist, oder nicht, und dann kann ich schnell rüber rennen. Ansonsten könnte ich halt, naja, ich kann den Wächter nicht, äh, kaputt machen. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt da abgelenkt ist, ne? Warte, ich komm. Ist offen. Okay. So! Komm doch erst mal her! Ja! 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 Komm schon, händ mir die Schieße! Ja, 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 ich komm! Gib mir die Schieße! Los! Hallo? Ich kann die nicht nehmen! Ja, so, du musst mir, kannst du mir höher geben? Nee! Äh, wie geht's dann? Hä? Hä? Du musstest nur näher ran! Gib mir ein paar Schieße, bitte? Ja, 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 ich komm! Ich komm mir hier vor wie so ein Affe! Okay, das könnte... Mann, wir brechen voll sneaky aus! Wir sind voll die Criminal Masterminds! Wenn wir irgendwo zusammen ins Gefängnis kommen, weiß ich wie wir ausbrechen. Mit Bettlaken und ner Pfeile? Ja! Wobei wir leben im 21. Jahrhundert, da wird das nicht mehr gehen. Ich glaube auch nicht.